Tatütata, der reife Star! Herzlich willkommen meine lieben Zuschauer und einen wunderschönen Montag-Mittag wünsche ich euch! Schön, dass ihr reingeschaltet habt an alle neuen Zuschauer, die sich denken, wow, wie geil, was ist das denn? Wir spielen in BrickRicks sowas ähnliches wie in Lego, nur in der Unreal Engine an alle Abonnenten, die wieder da sind. Schön, dass ihr reingeschaltet habt, danke schön für euren Support, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge. Wir haben zwei neue deutsche Fahrzeuge und zwar von, ich hab den Namen vergessen, müssen wir nochmal kurz nachgucken, dem guten EDF-Tops, ja, oder Tops, hat zwei geile Fahrzeuge gemacht, aber hier hat das TF3000 und Feuerwehr-Drehleiter. Hier steht auch das erste Fahrzeug, meine erste Kreation in BrickRicks, ein Tank-Fahrzeug, ein Tank-Tank-Tank, was ist das? Tank-Lösch-Fahrzeug 3000 der Feuerwehr, es ist kein reales Fahrzeug nach Empfunden, sondern eine freie Schnauze gebaut. Sagt mir, was ihr davon haltet, freue mich über euer Feedback, das werde ich auf jeden Fall machen in dieser Folge und ich bin mal sehr gespannt und ist das neuere Fahrzeug, DLK, Drehleiter, Kraftfahrzeug, keine Ahnung, 23-12, Leiteraufbau und Korb ist voll funktionstüchtig, werden wir heute alles checken. Also EDF-Tops, danke schön, oder Tops, wie gesagt, dass du diese Fahrzeuge gemacht hast, ich bin sehr gespannt und werde die in dieser Folge auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ihr auch Fahrzeuge habt und die in dem Shop oder Workshop hochgeladen habt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir, wie eure Fahrzeuge heißen oder wie ihr auf dem Steam-Workshop heißt, dann gucke ich mir die gerne mal an. Diese Folge wird übrigens nach dem neuesten Update und dem Fix aufgenommen, das heißt, wir haben das komplett neue User-Interface, wir haben einige neue Funktionen und werden heute auch damit zum ersten Mal sozusagen aufnehmen. So, was haben wir denn hier? Das hier ist das Fahrzeug, was wir als erstes gesehen haben. Wir gucken mal, wie man einen Passenger sieht, einen Driver sieht. Sieht an sich ganz schick aus, wir fliegen mal ein bisschen drumherum. Gefällt mir wirklich ganz gut, freie Schnauze ist gut geworden, ich finde, es hat er wirklich gut gelöst. Auch die Art und Weise da hinten, die Leiter, wie sie aussieht, finde ich stark gemacht. Das Teil da hinten ist auch ganz cool. Wie hat er das denn gemacht? Ich glaube, die hat er freigesetzt, sonst gäbe es diese Lücken nicht. Aber es ist soweit auch in Ordnung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bin mir nicht ganz sicher, kann ich die Türen hier auf und zu machen? Ne, es sieht nicht so aus, aber ich kann mich auf jeden Fall reinsetzen. So, unten rechts seht ihr auch das neue Dashboard. Da sind, sagen wir, Handbremse, alternative Steuerung etc. drin. Bei Alt gibt es hier gar nichts, der kann leider nichts. Ihr seht auch, die Bordsteinkanten wurden drastisch gesenkt. Das Einzige, was mir bis jetzt aufgefallen ist nach dem Update und dem Fix natürlich, es gibt einige Probleme mit den Reifen, die sind manchmal vorne rumwackeln. Hier tun sie es nicht. Alter, der bounced voll, ey. Guck mal, lass uns ein bisschen dänzen. Nein, wir werden auf jeden Fall, ähm, machen wir denn? Machen wir auf jeden Fall mal das Wetter ein bisschen schöner. Und wir machen mal Sun. Machen mal die Lichter an. Warnblinkern wir auch und die Sirene. Und cruisen mal ein bisschen. Aber schön im Wetter sieht es doch schon wieder besser aus. Sieht aber gut aus. Ich finde wirklich, dass sich das grafisch zum Positiven verbessert hat. Das neue Update. Mir gefällt die Optik. Wow, viel besser. Das ist ja echt abgefahren. Dieses Fahrzeug oder dieser Feuerwagen fährt sich so ein bisschen wie ein Buggy. Weiß nicht, inwieweit ihr schon mal selber Buggy gefahren seid. Sobald man bremst, passt auf, gibt es noch nach vorne über. Und das ist so ein typisches Buggy-Verhalten. Wir haben auch schon die ersten Teile verloren. Aber ist eigentlich ganz geil so. Ich finde auch, dass das Setup mit den breiten Reifen, das sieht einfach cool aus. Das hat was. Also mir gefällt die Bauweise. Oh, oh, shit. Oh, shit. Okay. Snow Motion. Snow Motion. Gut. War nicht so spektakulär, wie ich dachte. Steuerung R im Übrigen ist der Reset-Button. Habe ich gerade gedrückt. Das ist ein neuer Hotkey. Das heißt, man muss mit dem Update nicht mehr ins Menü gehen und sagen, Reset oder Flip oder sowas. Und ich glaube, Backspace, what? Wenn ich drücke, komme ich wieder an der Garage raus. Ganz cool eigentlich, oder? Komm, lass uns mal hier in dieses Ding da reinfahren. Ich denke mal, wir kommen hier rein. Wir haben so Buggy-Räder. Ja, und ein Stück hier noch. Nicht wirklich, oder? Okay, Backspace. Genau, in solchen Situationen kommen wir nämlich wieder einfach zurück hier, was ganz praktisch ist. Mir gefällt das Fahrzeug wirklich gut. Also die Feuerwehr hier, würde ich auch mal fast sagen, oh, den lassen wir hier mal stehen. Hier ist nämlich auch ein cooler Spot für einen Screenshot. Da werde ich jetzt mal noch mit dem anderen Fahrzeug herkommen. Und dann können wir mal für something einen Screenshot machen. So. Ja, ist cool, ne? Also gefällt mir schon mal sehr gut. Dafür, dass das erste Fahrzeug ist, unglaublich kreativ und wirklich toll gebaut. Dann steigen wir mal in das Fahrzeug hier ein. Der kann auf jeden Fall mehr. Jetzt werden wir noch ein klein mal testen. So, wir schauen mal kurz, was wir hier haben. Einiges. Wir werden auch mal kurz, wohin fahren wir, dann gucken, wie hoch ich die Leiter ausfahren kann. Was wir natürlich noch nicht gemacht haben, ist hier wieder Licht anmachen. Ist auf jeden Fall gut gelöst. Unten die Lichter, vorne normale Scheinwerfer. J. Warnblinker, seht ihr vorne und hinten. Und dann Q. Oh, gucken wir da vorne sogar an der Drehleiter, wie geil. Ist dann wieder für die Signallampen. Alles soweit gut. Mir kommt es auch vor, als wäre der schwerer. Deswegen wackelt der nicht so. Auch wenn ich bremse, zieht er nur ein bisschen nach vorne. Sieht auch so aus, als wäre die Basis des Fahrzeugs, also der Aufbau des Gestells von Reifen, am Fahrzeug identisch mit dem ersten Fahrzeug, was er gebaut hat. Wow, okay, trotzdem. Hier probieren wir jetzt mal die Drehleiter aus. Mal gucken, ob wir wieder hochkommen. Alternativen Bildmodus. Q, E ist wieder aussteigen. Gut gemacht, Reif. So. Mit der Maus, mit VST passiert nichts, mit den Cursern auch nicht. Bild hoch, Bild runter. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, warum geht der denn gar nichts? Warum passiert da nichts? Normalerweise, hm, entweder das liegt am Update, aber eigentlich müssten wir hier, genau, einfach so ausfahren. Das werden wir auch gleich nochmal im Store ausprobieren. Im Store sah ich schon hier in der Garage. Das ist ja irgendwie, also normalerweise, ich denke mal, dass das auch anders geht. Guck mal, ich kann Gas geben, wie geil ist das denn? Ne, mit VST geht nichts, mit dem Pfeiltasten geht nichts, mit der Maus auch nicht, linke, rechte Maustaste. Schade eigentlich. Probieren wir aber gleich nochmal aus. Aber cool, wie der auf diesen Stelzen steht. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zur Garage. Und gucken uns nochmal genau an, was hier steht. Weil das steht ja bei der Beschreibung mit dabei. Ne, hier steht eigentlich nichts von der Tastenbelegung. The ladder is full functional and has the weakened and surface four pistons to stabilize it. Okay, könnte sein, dass die Funktion einfach gar nicht mit eingebaut wurde. Ist jetzt auch nicht so wild. Aber ich finde es halt immer ganz geil, wenn man alle vier Pistons gleichzeitig aussahen kann mit WSD oder den Mauszeigern oder sowas. Vielleicht gibt es da noch ein Update, wenn du die Folge hier siehst. Vielleicht magst du das ja noch in Zukunft mit einbauen oder nachbessern. Fände ich persönlich ein cooles Feature. Okay, der kippt genauso schön nach vorne wie der andere. Ah ja, da hinten wollte ich ja hin. Jetzt fahren wir mal zu unserem anderen Drehleiterwagen. Den fahren wir mal hier wieder unsere Lichter an. Wir können das Ganze auch mal kurz bei Nacht auschecken. Ich finde, der sieht auch mal sehr schön aus. So. Warnblinker haben wir nicht an. Aber die Sirene hat die Lichter. So, der Reifert so entspannt um die Kurve, dass wir nicht kippen. Sehr gut, oder? Ah, ich finde das Game einfach schön. Das sieht echt gut aus. So, die Sirene aus. Vorsicht, wieder die Hardcore-Bremse. Oh, nicht dagegen crushen, nicht dagegen crushen. Okay, aussteigen. So, dann versuchen wir nochmal hier. Passenger Seed. Kann ich hier irgendwas machen? Ne, auch nicht. Hätte sein können, hier drehe ich die Kamera. Gut, dann probieren wir mal hier. Okay, aus dem Passenger Seed kann ich leider gar nichts machen. So ein Mist. So, dann hier. Wow, okay. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Was ist denn hier so rumbacken? Wow, wow, das wollte ich... Wow, was ist denn jetzt passiert? Hallo? Bin ich ausgestiegen? Okay, wir drehen die... Wir drehen das Ganze nochmal. Bullshit. Was habe ich jetzt damit gemacht? Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe die ein bisschen zu hoch gedreht. Aber es... Das funktioniert noch. Ausfahren. Das ist die riesig. Krasse Leiter, oder? Dann schauen wir, dass wir noch ein bisschen kippen, das Ganze. Holy shit. Okay, Moment. Langsam, langsam. Ein bisschen aufs Dach drehen. Nein, in eine andere Richtung, bitte. Das ist zu hart, das ist wirklich zu hart. Okay, komme ich dann hier hoch? Okay, wir probieren es mal mit F. Ein Teil haben wir schon mal ausgefahren, das ist schon mal sehr gut. Ah, da komme ich leider nicht hin. Ne, mit F kann ich hier leider nichts weiter. Okay, ich kann den Korb sogar drehen jetzt hier. Mal schauen. Okay. Heftig, heftig. Guck mal, wie groß dieses Ding ist. Wahnsinn. Geiles Fahrzeug, ey. Wirklich cooles Fahrzeug. Muss man ihm lassen. Was auch noch stabil hier ist. Unglaublich. So, oh, oh. Die Leiter muss man hier bitte nicht kippen. So. Ganz langsam. Langsam wieder einfahren hier alles. Oh Gott, ey. Das lässt sich bestimmt nicht leicht fahren jetzt. Okay, versuchen wir mal mit der Gleiter, so wie sie ist, hier ein bisschen lang zu fahren. Oh, oh. Ich würde gerne auf das Dach da oben. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, es kippt ein bisschen. Okay, da wollte ich hin. So, dann noch leicht ausfahren hier, die Dinger. Oh, das ist die falsche Seite, oder? So, leicht am Boden stellen die Stützen. Nicht so riesig hoch, dass sie so Stelzen werden. Okay. Sieht eigentlich ganz gut aus, soweit. Wir machen mal wieder ein bisschen heller, damit das passiert. Oh. Oh, oh. Irgendwas passiert hier gerade. Ich glaube, unser Fahrzeug danzt ein bisschen, kann das sein. So, jetzt nur die Frage, wie komme ich da rüber? Ich kann leider nicht auf das Fahrzeug drauf springen, oder? Kann ich irgendwo drauf? Ich würde zu gerne... Ah doch, hier komme ich hoch. Yes. Komme ich auf die Leiter? Ja, ich komme auf die Leiter. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann muss ich jetzt nur hier... Moment, hier, wenn ich drauf stehe. Bisschen drehen. Okay, das war die falsche Richtung. Sehr gut. Und jetzt nochmal ein Stück runter. Okay, ein Stück runter, Leute. Und ein Stück vor. Nein. So, die Leiter ein bisschen ausfahren. Das ist echt übel, die Leiter. Das ist schwer auszufahren, wenn ich hier drauf stehe. Okay. Sieht aber gut aus bis jetzt. Ich komme da schon irgendwie rüber. So. Und jetzt nochmal hier drehen. Sehr gut. Yes. Wir sind drüben. Alles klar. Hauf aufs Dach, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie... Doch, wir sind ja sogar hier oben. Hör. Rein da. Rein da. Komm, komm. Oder wie geil ist das denn, Leute? Ich stehe halt wirklich hier oben drauf. Das finde ich mal geil. Schönes, schönes Fahrzeug auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis hier oben komme. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war es für heute. Sehr schöne Fahrzeuge. Weiter so. Bitte mehr davon in den Workshop. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte den Namen nach oben da. Das unterstützt mich sehr. Und wenn euch die Folgen gefallen, teilt sie doch bitte auch mit deinen Freunden. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr es doch jetzt gerne tun. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Das war es mit mir und BrickRicks. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.